Heute entschied ich mich dazu, das End auf meinen Minecraft City Build Server zu besuchen und entdeckte dabei diesen Spieler. Ich sah keinen weiteren User in seiner Nähe und als ich ihn weiter beobachtete, merkte ich, dass er probierte, das End zu reparieren. Zumal hier bereits so viele Spieler waren, wurde hier alles zerquieft. Während er probierte, den Server etwas besser zu gestalten, half ich ihm und entfernte einige Blöcke. Demnach platzierte ich weiter Endstein und reparierte kaputte Flächen. Da ich aber der Owner auf dem Server bin, half ich etwas mit WorldEdit nach, sodass er noch schneller fertig wird. Nach viel harter Arbeit konnten wir nun bereits schon einiges reparieren, aber er war weiterhin sehr motiviert. Dementsprechend gab ich ihm den besten Rang auf unserem Server für 24 Stunden. Was er aber nicht weiß, dass er pro Follow den Rang für einen Tag länger erhält und pro Like bekommt er jeweils ein Nether White. Zusätzlich erledige ich den Top-Kommentar für ihn. Der Server ist Java und Bedrock. Folge für mehr.